Du klingst so gestresst? Ist alles okay bei dir? Ihr werdet getötet! Lassen Sie sie gehen! Alles im grünen Bereich. Wäre es möglich, dass ich meinen Scheck diesen Monat etwas früher kriege? Nein. Und sie sind gefeuert. Hi! Wir sind sie. Was soll das? Ein Detektiv. Ein holistischer Detektiv. Und bevor Sie fragen, nein, für die CIA arbeite ich nicht mehr. Lassen Sie die Wasserhöhung! Hörner! Was ist denn los? Das Universum wird dafür sorgen, egal ob du beteiligt warst oder nicht. Du bist jetzt ein unverzichtbarer Bestandteil der Ermittlungen. Wie ermitteln Sie überhaupt, wenn Sie dieses ganze Ermittlungszeug nicht benutzen? Ich meine... Durch innere Verflochtenheit, durch Zufall und den seltenen erotischeren Zufallus. Hast du schon mal einen Fall gelöst? Klar, tonnenweise. Also, viele. Was ist das Böse? Lauf! Eine Barsch! Alles ist verflochten. Also ist nichts auch verflochten.